Man ist zwar Krankenschwester auf dem Papier nach den drei Jahren Ausbildung, aber wirklich Krankenschwester ist man, wenn man in dem Beruf arbeitet. Und dann lernt man auch, worum es eigentlich geht. Das Wissen, was wir haben, ist schon enorm. Für eine periphere Station haben wir schon ein großes Wissen, was man sich einfach aneignet hier. Das gibt dem Patienten auch unheimlich viel Vertrauen und dann geht es ihnen auch besser. Also sehr viel Zeit, um sich zu einem Patienten ans Bett zu setzen und zu reden, das gibt es eigentlich in der Pflege nicht. Aber wenn man Therapien macht, Infusionen anhängt, ist ein nettes Wort immer schön. Also man merkt, wenn man mit Patienten spricht, was man tut und fragt, wie es ihnen geht, sind die Patienten wesentlich ruhiger und entspannter. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man ist immer glücklich. Es geht um Leben, es geht um Tod und um Krankheit. Und natürlich sind wir auch Menschen und Patienten tun einem immer leid, weil keiner möchte operiert werden. Aber man ist jedes Mal glücklich, wenn man einen Dienst hat, wo es den Patienten am Ende gut geht, sie verlegt werden können, schmerzfrei sind. Man ist halt Krankenschwester und entweder man ist es mit Herz oder nicht.